Oder doch, oder nein, oder ja. Und damit herzlich willkommen. Boah, wer hat denn jetzt Heger genommen? Schweinehund. Wer ist denn Schweinehund? Der hat ja Heger genommen. So. Ey, die Scheiße ist schon wieder so lange. Sag mal Bescheid, wenn wir drin sind. Na Lüße, ey. Ich war mir fertig. Hm? Lüße meine ich. Hab ich immer... Äh, leichtes Aufstoßen nennen wir es mal. Na, fast kotzen, wir sind drinne. Drinne? Ja. Drinne. Sag doch mal was. Haben wir doch. Wir sind drinne. Drinne? Ja, wir sind drinne. Okay. Hab die Wand verstärkt. Hab ich gehört. Achso, das ist jetzt uninteressant, oder wat? Ich hab auch ne Wand verstärkt. Alter, du bist mein Held. Weiß. Camp hier geil. Aua! Alter! Warum beschießt der mich? Ich hab nur noch drei Viertel meines Lebens. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier könnt ihr auch direkt durch den Zügel pushen, ne? Check, check meine Kameras. Was? 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 Ich lege mich jetzt hier eingeschnappt in den Raum hier drin, ey. Die Drohne. Und das eine hatte ich gerade. Okay, bei mir hier drüben ist ne Fensi kaputt gegangen. Nur mal so. Und wen soll es interessieren? Franz-Elite. Oder Elwood. Wenigstens meine Freunde. Ich fand's interessant, erzähl mir mehr davon. Übrigens war das hier. Hatte das ein Kreuz? Weiß ich nicht. Äh, wie, da haben die eigentlich alle immer gelbe Kreuze drauf. Jetzt signalisiert, hier musst du durch. He he. Du machst ja keine Springladung hin, Wichser. Alter, diese bösen Wörter. Schön, dass unser direkt aus dem Fenster rausguckt Vielleicht ist das schöne Twatter draußen Doch, ist da Schweinehund, ey Gestorben Mahan, warum stellst du dich denn genau vor mich hin, Junge? Ist ja irgendwie Alter, das warst du, Chris, oder? Ich bin getroffen Ja Alter, was? Die kommen da übrigens alle durchs selben Raum, ne? So würde ich auch sagen Ist man ein Stück höher Ja, ja, hab ich auch gemerkt Ja, mach langsam, lass das mal Ah, da ist scheiße Schon das Schild weggeschränkt Warte, warte, warte Leg dich mal da hinter den Tisch und warte, bis das Schild kommt Wer so richtig anhört, ist da ein Schild dabei Irgendeine Runde drinnen Tuba, die ist bei dir, die Runde, ne? Geh mal hoch Er ist aber echt close Im Problem Oh, schuld Ach mal, wir hatten ja Geisel gerade, oder? Ne überreise sich an Ne überreise sich an Dann kannst du schon nehmen Ah, lalalalalalalalalala Willst du mich nicht noch daran erinnern? Und? Ne, ich bin nicht selbst sein. Ne, ich bin nicht selbst sein. Oh, du bist voll der Außenseiter. Ja, warum? Dann arbeite ich für mich alleine. Weil er der einzige Russe im Team ist. Ist ja auch in Wirklichkeit. Vielleicht bin ich ja Putin. Oder vielleicht auch der Bär. Eller? Äh, ja. Ja. Ich geh auch nicht. Ja, bleib da einfach so liegen. Ja. Ja. Nein! Aber nur weil der andere bei dir vorbeigefahren ist. Wo ist die Kamera gerade? Hab der gesehen, ne? Ja, ja. Ich hab nur wegfliegende Blendgranaten gesehen gerade. Ich wundere mich schon, was bin ich so schnell? Viel zu schnell für Sledge, aber... Naja, nicht Sledge. Oh, Kamera überall. Ich mach die doch mal weg, Jungs. Warte, ich weiß doch nicht, wo die Kameras hier sind. Das ist ein weißer Pickel an der Decke. Ich hab noch einer mit nach hinten kommen vielleicht. Ich will Kreuzfeuer machen nach hinten. Oh, da sind zwei. Okay. Wir haben sich kurz angrafen zwei. Ey, kommt einer nach hinten? Durchfahrt. Okay, ich hab zwei verwundet. Und ich hab keine Munni mehr. Absolut gar nicht? Nein, ist leer. Ich kämpf jetzt mit dem, was ich noch habe. Äh, was hast du mit der Ente gemacht? Du bist dem Munni mehr, ja geil. So, geh mal hier links von mir in den Raum rein. Da. Und dann geh da weiter rum. Wenn wir nämlich von beiden Seiten pushen. Okay, hier liegt irgendwie einer. Was? Von wo? Der liegt hier in der Ecke verwundet. Got you. Durch die Wand. Die Wand kannst du auch kaputt pushen, ne? Boah. Boah, ich hab den einen mit dem Schild getötet. Okay, den hab ich nicht mehr mit dem Schild gekriegt. Ja, sorry. Du warst da zu nah dran, sonst hätte ich den weggemacht. Ich hab den Tanz gemacht, ja. Ja. Manchmal muss man einfach Opfer bringen, Shugo. Ja, kein Problem. Ich hab drei getötet, kein Problem. Das, stabile Runde. Toll, wir hatten Smoke jetzt. Hm. Hm. Ey, ich hasse dich. Ja, lass den Kicken, oder? Ja. Mute, wirklich? Ja, hab nix anderes. Ja, mach aber schnell mit denen. Mein Rook ist weg, mein Smoke ist weg, mein Castle ist weg. Aber vorhin sagen, ich hab fast alle Leute. Ja, ich hätt noch Blitz und so gehabt. Aber ich hatte jetzt mal Bock auf Mute, weil ich hier noch nie gespielt hab. Ich stell deine Teile schnell auf. Ja, ja. Ganz schnell. Ja, chill doch. Jetzt ist schon zu spät, Mann. Echt mal. Manchmal muss man einfach sich ein bisschen beeilen. Ich komm nämlich jetzt die Treppe hoch. Zwei. Ich hab zwei. Oh, ich hab's gewollt gemacht. Siehste, hier. Oh, ich hab's gewollt gemacht. Ja, danke. Die standen alle perfekt. Ja. Du musstest wieder meinen Störsender kaputt machen. Okay, kaputt. Sorry, Bro. Habt ihr noch irgendwelche Fragen hier, Jungs? Ja. Wie ist das Wetter draus? Ja. Dann stellt sie. Ah, Victor. Wie ist das Wetter draus? Macht ihr die Kameras? Ja. Hier fährt irgendwo ne Drohne. Hör die doch. Äh, die kommen da. Genau. Siehst? Drohne kaputt geschossen. Verdammt. Auf dem Dach ist ein Montage, glaube ich. Okay, bei mir ist hier der Fenster explodiert. Die wollen die Kasselwand hier auch kaputt machen. Ja, ja. Ich guck da schon drauf. Fick. Dich. Der ist tot. Der ist tot. Ja, ich wollte trotzdem nur noch mit raus. Alles klar. Oh, fuck. Jetzt bin ich blind. Noch mal blind. Oh, Elbe durch. Das find's gut. Ja. Schöne Runde, Jungs. Ich glaub, der ist hier. Ey, kommt mal einer rüber? Halt da! Warum schießt der denn auf mich? Oh, das hätte ich sein können. Wakeloser Sieg. So muss es sein. Habt ihr wieder gut gemacht. Also, ich muss als Teamchef ja auch mal ein Lob aussprechen, ne? Oh, danke. Ja, kein Problem. Ja, total hochnäsig. Ihr könnt's halt sein. Zarek immer wieder, ne? Ja.